26. Mai. Deiner Stimme zählt. Dein Update für Europa. Am 26. Mai entscheidet Europa über die Kräfteverhältnisse im Europaparlament. Parteien von links bis rechts werben um Wähler. Die Piratenpartei stellt sich auch dieser Wahl. Hier unser Programm. Privatsphäre statt Überwachungsstaat. Freie Meinungsäußerung, das Recht auf Anonymität und allgemeine Rechtssicherheit sind Grundpfeiler einer Demokratie. Mit den Piraten wird es keine anlasslose Überwachung von Bürgern weder im Alltag noch im Internet geben. Deine Daten gehören dir. Kompetenz und Transparenz statt Hinterzimmerpolitik. Brüssel hat ein Lobbyismusproblem. Weltkonzerne investieren Milliarden in die Beeinflussung der Politik, schreiben nicht selten an den Gesetzesvorlagen mit. Bürgerrechtler, Datenschützer und Experten kommen wenigwisslich zu Wort. Das müssen wir ändern. Klimagerechtigkeit für alle Generationen. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung, mit der sich die Menschheit konfrontiert sieht. Reagieren wir jetzt nicht, werden Hungersnöte und Wetterkatastrophen die Normalität sein. Europa kann hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Piraten solidarisieren sich mit Fridays for Future. Die Politik muss jetzt handeln. Dr. Patrick Breyer bringt digitale Kompetenz, Transparenz und Weitsicht in das Europäische Parlament. 26. Mai Piratenpartei für Freiheit, Würde und Teilhabe.